Destruktive Kraft... Ich hab jetzt ein Glück. Der Wert, was das Ding kostet, steht hier nirgends, oder? Was, was, was kostet? Wie viel Geld wird er mitmachen können? Wann ich da vergröben? Nee, da musst du erst zum Händler. Ach, dazu lege ich das jetzt an. Ja, klackst du mir. Wie ist das denn hier? Wie blöd, oder? Wie blöd... Waffen, was haben wir denn da? M44 Jagdversion. Ja, das gefällt mir nicht mit der Polizei. AUG A3 Para XS. Boah, geil. Ich geh mal kurz kacken. Geht ja kacken. Gucken wir uns hier mal weiter um Gucken wir uns hier mal weiter um Was ist das, was mein kleines Neuköllner ist? Nein! Früher hast du beschrieben, lad mal ein, lad ein und hast dich gesehen. Und jetzt einfach nur einige, hey servus. Ist er beigetreten? Wer ist beigetreten? Ich bin zu Hause, ein bisschen rausgegangen. Wie ist denn der Stinktude? Das oder doch? Ich bin zu Hause, ein bisschen rausgegangen. Jetzt kommen wir zu uns, dann machen wir's zusammen. Achso, hier sind noch Mongols drin. Kann man die rauswerfen? Ja, freilich, mach ich jetzt. Ich frau mich, was die hier noch bei uns wollen. Aus der Gruppe entfernen. Den anderen machen wir auch gleich. Oh ne, lass ihn erstmal noch drin. Wenn wir eine andere Mission machen, geht er eh automatisch. Ist das wie ein Ladenbieter? Warte mal, ich muss das erstmal umstellen, dass der jetzt andere Leute einlädt. Privatsphäre, muss ich da hin? Kommt auch raus. Ein Agent verlässt jetzt ihr Team. Ja, hm. Aber auf alle Seite bin ich freiwillig. Hm. Ist das nicht gut? Nicht gut, genau. Danke, ich werde für Sie beten. Ich würde schwöre, vielleicht. denn jetzt kann ich nicht aufbauen der ist auch nicht aufbauen der ist auch nicht aufbauen ich bin mir drauf nicht aufbauen der ist auch nicht aufbauen Was sind die hier? Keine Ahnung, ich hab sie ja schon mal im Park Ja sicher will mich ausreden, ne AUG hatte ich überhaupt noch gar nicht Ein neuer Agent tritt ihrem Team bei Ne AUG hatte ich überhaupt noch nicht im AUG Flametower hier, das ist ein Dolwitz, wieso sind ja gerade mal Rang 5 Ja weil der Mongo umzieht Und gerade auf dein Headset Oh der hat doch gestern auch mal gezuckt Ja was bliegt denn hier da rund? Wo bliegt denn? Guck mal da an der Hauswand Da bliegt ein Schatten Da bliegt Fehler Ach der zieht um Machen wir jetzt mal ne Mission mit Ratten 15 In der Nähe befindet sich ein abspielbares Echo Was mich ja mal interessieren würde, ich glaube das haben wir schon, oder? Haben wir das schon hier das Abspielbares Auto? Auto, ne? Betretene Darksaune 1 bis 14 Entschuldigen Sie, für welche Zeitung schreiben Sie? Ich arbeite beim Radio Kannst ja mal reingehen He 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 Keiner traut sich Allein blies nicht Hier Schickt mal einen Flam hinein Ja ja He 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 Oh, bravo He 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 Bei mir nicht Bei mir hat er jetzt grad nicht die Waffe in der Hand Ich bin als einziger verantwortungsbewusst und mach das jetzt ohne Gnade in der Hand, ey Jetzt hab ich die Waffe in der Hand He 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 Synchron He 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 Steve, wo bist du jetzt? Der kommt grad zu den Hubschrauber Da hinten der Hubschrauber Da hinten der Hubschrauber Ja, mit so billigem Umtier Ja, mit so billigem Umtier Hm, damit sich mal die Waffen angucken Ja… Halt sie nur unter die Nase Hier Da in der Hubschrauber kommt! Das wärs! Wo ist ein Romba? Haben die ihre Scheiße verloren? Ja, das wär nur noch nicht so, wie der übelste Störner durch meine Idee war Ja und dann holst du das Zeugschrauber in der Dienstzone hier Das wär geil Wir sind ja eigentlich alle wieder zusammen wie damals bei GTA mit dem heißt Modus Starten wir gleich wieder Motorrad fahren Wenn ich da noch dran denke, so ein Fehl Ich hab's nicht Weil das überhaupt kein Geld mehr am Ende gehört Wir haben's ja noch nicht mal geschafft Aber im Endeffekt nix Also wenn ich in bisschen weiter dann machen, dann kann ich die Zimmer auswählen Ich hab Linkentunnel Störungen und Waffenhand Ja, den haben wir nicht mehr, dann muss die anderen zum Druckführer machen Nee, können wir doch auch, wir können die dann wieder zocken Wir können die nochmal zum Linkentunnel und Das können wir doch alles so aufzocken, wie wir wollen Du kannst doch eine Mission immer zocken, wenn du Bock hast Ich denk mal, hast du das hier in Madison Square Garden? Warst du da schon? Steve Steve Pennsylvania Plaza Ja, wenn ich hätte ich gesagt, hier das ist Rang 5 und 9, hätten wir Linkentunnel gemacht, der war doch geil Hm Oder nee, warte mal, war Linkentunnel das, wo das am Ende dann so, wo wir dann runder springen mussten? Das Borgslop Linkentunnel Oder war das, nee, doch, Linkentunnel war das, der, der geile da, ja, und das andere, was so verheerend war, wo man das zweimal machen muss, das war hatzend Flüchtlingslager Gibt's Hilfe fürs Aufrufen für Loot Atrophäe? Pfff, ich glaub nicht Und nicht mal alle Nebenmissionen, weil Nebenmissionen denke ich mal, die spawnen immer dann alle paar Stunden neu irgendwie Keine Ahnung Musst du auf links, äh, Gruppenverwaltung gehen, oben drüber über Inventor Na, ich denk mal, sind das schon alle gemacht, Ja, da machen wir die nächste Ja, dann machen wir die nächste Die nächste müsste, das ist der Flamie, die alte 5 Die 0,5 Der Flamie, ja, doch Wie ist jetzt mein Kack-Handy? Ach toll, ich hab's in der Hosentasche und wundert mich, wo das liegt, wenn's klingelt Wie kann das jetzt nicht auswählen? Kacko, mit Seitentauschel Mitzeile, das ist die Spiele für Geheimen Wie kann das jetzt nicht auswählen? Kacko, mit Seitentauschel Bitzreise, Spiele für Geheimen Warum stinkt? So, was haben wir hier gefunden? Ich lauf schon mal langsam los. Wird nämlich kalt an den Füßen. Hier, Flameboost! Äh, nie, Roost! Ha, ha, ha! Hier, guck mal, hier oben! Nein, Roost! Was ist denn dein Problem? Vor allen Dingen der Schneematsch und so, das ist wirklich richtig realistisch. Du kannst das auch, was du willst. Okay, wir in Deutschland kennen ja das, oder zumindest ich, wo ich wohne, in Thüringen, wir haben da nicht mehr so arg Schnee. Wurde ich halt nicht. Oh, ja. Boah, wo kommt der, der? Ich weiß, dass da was drin ist. Oh, ja. Ich bin doch nicht der, der ist ja keiner mehr. Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Töte die Batscharen! Oh, ja! Oh. Oh, ja! Ja, die Jens hat nur.